Ah, okay, das ging. Ich glaube, ich brauche 140 Münzen für das nächste. DLC, glaube ich. Blöbisch. Ach so. So wie Keks. Das ist schön. Das gefällt mir. Huch. Und jetzt unterstellt mir noch mal jemand, dass ich immer an Essen denken würde. Da kann ich nichts für. Das sind die Nutzer, die solche Namen haben. Ihr zwingt mich darüber, euch dazu über Essen nachzudenken. Ich möchte da gerne hoch. Das sollte nicht so schwer sein. Na? Ui, doch es geht. Wunderbärchen. Oh, ein todes Schaf. Das haut jetzt vor mir ab. Meine Güte. So. Wieso überhaupt einen Chat anbieten? Naja, der Chat, also ich sag mal so, man kann ja, also bei mir ist es kein Problem, wenn man sich auch über, über spielfremde Inhalte unterhält. Das ist bei mir absolut kein Problem, wenn es nicht die Überhand nimmt. Letztendlich, zu den Spielen kann man meist nicht allzu viel sagen. Außer, haha, die Stelle ist irgendwie lustig. Oder, äh, ach Gottchen, äh, das ist aber furchtbar. Nur wenn man sich über ein Spiel unterhält, heißt das ja nicht, dass man sagt, hier, da kommt gleich das und das. Da muss man gleich das und das tun. Darum geht es ja. Das ist hier das ganze Backseat Gaming und, und, äh, Krams, dass das, äh, mir als Spielenden und als Zuschauer, der das Spiel noch, noch, noch nicht kennt, dass einem dann nicht der Spaß daran genommen wird, dass eventuell unerwartete Sachen passieren. Oder, dass man halt, äh, also die meisten Sachen werden dadurch spannender, dass man halt nicht schon vorher weiß, was passiert. Man kann sich ja bei dem Spiel auch über die Sachen unterhalten, die schon passiert sind und nicht die, die noch kommen werden. Mal so gesehen. So, komm ich denn jetzt, da komm ich jetzt hoch. Wunderbar. Ich hätte wirklich gerne eine Map. Wirklich gerne gerade mal. Mittlerweile. So. Das wird gerade mal ein bisschen unübersichtlich hier. Achso, ich kann da unten jetzt auch die Kiste holen, ne? Da war ja noch eine. Flops. Top Head Pack. Aha. Siehste mal. Entschuldigung, Schaf. Entschuldigung. Flops. So. Backseat Gaming ist, wenn man, äh, wenn man Sachen über das Spiel sagt, die man als Spieler noch nicht kennen kann, oder, äh, also Backseat Gaming ist, wenn man sagt, hier komm, spiel mal so und so, mach das, da, das und das. Das heißt, man gibt Tipps, äh, ohne dass gefragt wurde. Spoilern ist halt, wenn man, äh, Sachen sagt, die noch passieren werden. Beides ist nicht erwünscht, hier. Es sei denn, ich frage halt extra nach, aber dann, äh, dann wird es auch relativ deutlich, dass es halt eine extra Frage war. Halt zu irgendwelchen Sachen, irgendwelche Spielmechaniken, die ich noch nicht verstanden habe. Oder Hinweise, wenn ich, äh, bei irgendwelchen Rätseln nicht weiterkomme, aber halt nur grobe Hinweise meistens. Talkin, hier, modern Talkin und so. Hey Hero, over here. What? My name isn't Hero. Thank goodness you came, Hero. I need your help. Wolfs have been stealing children from the village. Natürlich. Was denn auch sonst? I, also I lost my enchanted book of spirits. Wait, Wolfs children? And I can't find my fishing rod. Hat der, hat der noch andere Probleme? Braucht er vielleicht noch ein Zugticket, weil, weil er seine Enkel besuchen will? Oder was der los? Wow, wow, enchanted, achso, Fishing Rod. Wow, wow. No, it's just a normal Fishing Rod, but it's lucky. You must rescue the children, recover the enchanted book and find my Fishing Rod. Okay. I, you know what, no, just no. I don't even know you, you serve your own problems. I'm busy. Das macht man auch in den RPGs viel zu selten, vor allem, dass man sagt, das ist euer Problem. So, Troll-Spoiler sind übrigens noch schlimmer. Ne? Es gibt dann auch mal sehr ausführliche Timeouts, wenn es denn sein muss. Je nachdem, wie schlimm das ist. Das Problem ist, dass man das meist gar nicht so schnell feststellt, ob das getrollt oder echter Spoiler ist. Aber letztendlich führen alle Spoiler irgendwie zu einer Vermahnung. Es wird nicht immer sofort geblockt. Es wird auch nicht immer sofort irgendwie man getimeoutet oder verbannt, sondern die Mods sind immer recht fleißig bei den virtuellen Finger anzuheben. Dafür sind die Mods ja da. Dass ich als Spielender ein möglichst angenehmes Spielerlebnis habe. Und Streamerlebnis, damit ich mich nicht um die Trottel kümmern muss, sondern um die Leute, äh, sondern um das Spiel und die Leute, die halt sich an die Regeln halten. Dafür sind Mods da. Das ist toll, ne? Äh, war da unten noch was? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ne. Na gut. Ich weiß nicht, also wenn du sagst, dass ich gewinne, übrigens 30 Gramm gratis ist ein guter Name, wenn du sagst, dass ich gewinne als Spoiler, das hängt halt von dem Spiel ab, ne? Wenn man gewinnen und verlieren kann, dann ist es wahrscheinlich ein Spoiler. Äh, back for more DIYs hier natürlich. Mappack, äh, some comedies give away maps for free, not us. There are no refunds for this item. Petpack? Adorable, frankly, you buy anything at this point. There are no refunds for this item. Natürlich. Sexy outfits. Kriege ich dann Goldfisch, oder was ist das? Okay. Ist 3 Euro nur der, der normale Preis? Ich könnte mal gucken, hier. Äh, shoppen. Ich kann mir gut vorstellen. Okay, 3 Euro ist der normale Preis. Ähm. Achso, jetzt ist gerade mal der Trailer. Trailer ist auch sehr übertrieben. Ich glaube mal im Humble Bundle ist es gerade mal günstig, oder in einem Humble Store. Ich glaube, da habe ich, also heute habe ich durch den Humble Store geguckt. Ich glaube, äh, dass es da günstig ist. Könnt ihr gerne mal selbst nachschauen, ich spiele einfach mal weiter hier. Moment, ich sehe noch nichts, ist auch wunderbar. Ich glaube, beim Humble Bundle Store ist es gerade günstiger. Müsst ihr mal nachsuchen. Hier, komm. Ähm. Ich hätte gerne, also kann man die Sachen kombinieren vielleicht, es wäre schön. Wo ist jetzt mein sexy Outfit? Pet Pack. Okay, man kann nichts einstellen hier. Okay. Genau, im Humble Store gibt es das gerade für 69 Cent. Ein sehr günstiges Spiel, tatsächlich. Also ich kann es nur empfehlen, es ist sehr lustig. Ach, da ist mein Goldfish. Huch. Ah, es ist ein Goldfish. You tapped at last, but the fish is oblivious. Whatever it does, it's doing it now. Disappointing. Ja. Als DLC vielleicht nicht so der Knaller. Na gut. Äh, habe ich denn jetzt... Die Musik klingt doch immer verdammt schief. Habe ich denn jetzt eine Karte mittlerweile hier? Ich meine, ich habe die Karte, meine ich, geholt, oder? Habe ich das? Ja. Achso, aber ich kann mir nicht extra eine Karte anzeigen lassen, oder? Oder wie ist das? Was? Bad guy went that way. Ach, okay. Das hätte ich gar nicht gelesen. Noch ein Schaf... Ich hau das Schaf mal kaputt. Wenn ich es denn treffe... War hier unten noch irgendwas mit Doppelsprung? Ach, was ist das denn hier? Hole in the wall. Äh, secrets dash. Don't touch. Natürlich. Blobs. Dead end. Ja, haben wir schon gelesen. Hier waren wir ja schon mal. Es wundert mich nicht, dass Sommer sich gefreut hat. Als er den Zylinder bekommen hat. Ach. Das ist... Äh, hat der jetzt ein Bikini an, oder was ist da los? Ich dachte, dass der Charakter das hat. Und nicht der Kerl. Was? Ich weiß nicht. Bikini und Bart geht, glaube ich, selten zusammen. Zumindest an einer Person. Bad guy, you did see. You look familiar. Das stimmt. Perhaps you've met my long lost brother. Okay. Das ist schön. Mir gefällt das Spiel. Heroes of Might and Magic 5 Gold. Also, Heroes of Might and Magic habe ich mir noch nie wirklich mit beschäftigt. Von daher, ich würde als Let's Play tatsächlich meistens die Sachen machen, mit denen ich mich schon ein bisschen auskenne. Oder zu denen ich irgendwie zumindest irgendeine Art von Verbindung habe. Oder die ich halt spontan irgendwie interessant finde. Ich weiß nicht, Might and Magic... Also, ich sag mal so, bei älteren Spielen, wo ich ein Let's Play von mache, sind es meistens Spiele, die ich früher schon mal gespielt habe oder die ich früher schon mal spielen wollte. Bei neuen Sachen ist es halt so, die, die ich halt gerade interessant finde. Von daher, also Vorschläge und Tipps zu alten Spielen, die ich als Let's Play machen könnte, habe ich oder nehme ich doch eher selten an. Weil, ne? Aus genannten Gründen gerade. So. Bad guy, hard out area. Das ist okay. Hier ist also das Versteck. Kann auch rüber vielleicht. Oh. Neh, der Z-Pack. Der Z-Z-Zombie-Pack. Okay. Ich habe alle Kisten. Okay. Das ging aber fix. Achso, okay, da war ich schon, 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 schon drinne. Alles mitnehmen. Ich will alles freischalten. Alle DLCs. Hast aber echt eine Menge jetzt hier. Ist ja schlimmer als bei Spielen wie Sonic ohne ganzen Krams. Das ist ein bisschen arg übertrieben. Komme ich denn da hoch? Ne. Zurück. Ja, eben. Also, was auch halt wirklich gegen, gegen, äh, manche Spiele als Let's Play spricht. Also, manche Spiele schießen sich dadurch selbst ins Aus, dass sie einfach mal irgendwie 100 Stunden plus, äh, in Anspruch nehmen würden. Also, gerade, also, ich, also, ich sage mal so, ähm, es hängt von dem Spiel ab, wie lang das ist, äh, und vor allem, wie viele das auch anschauen würden. Weil, wenn ich dann irgendein Spiel habe, was, was, was 100 Folgen, meinetwegen, bringen würde, und das schauen uns irgendwie nur ein sehr kleiner Bruchteil an, dann bringt es das auch nicht so wirklich. Ne, deswegen, ich, 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 ich sage mal so, je, ich, 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 ich sage mal so, je, je beliebter das Spiel ist, umso, äh, längere Projekte sind in Ordnung. Ne, ist, glaube ich, verständlich. Weil sonst habe ich dann irgendwann nur noch Spiele, die, äh, keiner mehr, mehr sehen will. Die sind irgendwie 500 Folgen lang gehen. Und dann warten manche Leute ein halbes Jahr, bis mir irgendein neues Projekt kommt, was denen auch gefällt. Und das wäre totaler Quatsch. Das kann und will ich nicht bringen. So, das ist extrem viele Münzen hier, das ist schlimm. Also, ich meine, das ist schön, aber es ist, äh, unerwartet. Oh, plops. Ach, doch, doch, da oben waren wir gerade. Äh, 408 Münzen, aber es sollte für die, für die... Was hatte ich da eben noch, was wollte ich da noch kaufen, oder was hatte ich da? Rüstung war das ja nicht, ne? Rüstung haben wir schon. Glaube ich. So. Hm. Ja, bei Reckoning, das ist genau das, was ich meinte. Es hat Gronkh ja mittlerweile ausgelagert auf einen anderen Kanal, einfach damit das quasi nicht die Abonnenten seines normalen Kanals stört, die sich da eigentlich nicht für interessiert und in dem Sinne halt irgendwie zig Folgen, zig, hundert Folgen zu, zu dem einen Spiel. Weil man möchte natürlich, dass die Sachen, die man auf seinem Kanal hat, möglichst, für möglichst viele Leute interessant sind. Und ich möchte die Münzen da haben. Und, ähm, ja. Im Prinzip, es gab mal ein sehr cooles Feature, oder zumindest ein angenehmes Feature, was ich fand. At least it's not stamps. Ähm, von YouTube, was ich Shows nannte. Okay, ich hab alle. Ähm, das heißt, man konnte auch, dass quasi auf einem Kanal Videos zusammengefasst werden konnten als Show. Ähm, und man konnte nur diese Show, also man konnte den Kanal abonnieren, aber auch nur diese Show. Das heißt, falls man sich für ein spezielles Thema nur interessiert hat, was weiß ich, nur für Let's Play so und so, dann hätte man nur dieses Let's Play abonnieren können. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Hat nur, äh, die haben es nur irgendwann halt weggenommen. Warum auch immer. Vielleicht, weil das von der Organisation und sowas alles ein bisschen blöd war. Horse Armor. Ah, okay, ich geh mal wieder weg. No, Solicitors. Aha, was auch immer das ist. Wealth Troll. Ich kaufe mal nochmal hier Zeugs, ne? Plops. Ah. Ja, äh, Zombie Pack. Kein DLC mehr verfügbar. Warum nicht? Und wo ist mein... Da läuft jetzt ein Zombie rum. Wo ist mein Pferd eigentlich? Jetzt hab ich da extra, äh, ne Rüstung für geholt. Und jetzt ist das Pferd einfach mal weg. Ach, da oben läuft jetzt auch noch ein Zombie rum. Okay. Hier laufen ja überall Zombies rum. Äh, okay. 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 Die armen Zombies. Booty. Booty. So. Hallo. Hahaha. Oh. Gunpack. Okay. Haha, I didn't even figure that. Oh, oh, I'm going to need a better weapon. Ja, natürlich. Problem. Ah, ist okay. Die kann aber nicht mehr als 226 Münzen kosten, ne? Ich hab sonst nicht mehr. Ich hab auch keine Münzen mehr hier. Ich glaube, ich war fast überall jetzt hier, um die Münzen abzufarmen. So. Globs. Ja. 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 75, okay. A purely cosmetic weapon upgrade, that no way unbalances the game. Natürlich. Honest. Visit the gunsmith to redeem. There are no refunds. Natürlich. Natürlich. Äh. Aber kann ich jetzt? Äh. Cosmetic? Ja, aber das ist, ich möchte den Kerl unboxen. Da bringt mir Cosmetic nix. Es sei denn, ich schmink ihn in Grund und Boden. Ich glaub nur, das passiert eher selten. Ha ha ha. Ach so, aber wo ist denn der Wa... Gunsmith? Ich hab... Wir haben noch kein... Also wir haben noch kein, äh... Kein... Pistolenschmied hier. Du brauchst die LZ. Es ist jetzt Nachtzeit in der Wald. You will need to buy a night version of the map to exist in the other side. Na, herzlichen Dank auch. Na, herzlichen Dank. Ja. Ich weiß nicht, wie toll das jetzt war. Wahrscheinlich 50 oder sowas. Ich sag mal das... Ja, ich weiß, dass ich zu dem, zu dem Kollegen da hin muss. Ah. Die... Der hat jetzt auch ein Bikini an. Toll. Player, now that you've purchased the gun DLC, I have a weapon for you. Wer hat eine Sonnenbrille aufhat, ist das jetzt unser... Unser... Unser Gangsterkumpel oder was da? Be careful, they're... A way pointed. Aha. I've got a ruddy gun. Bombs. Haha. Okay, damit kann man Zombies auseinandernehmen. Das ist schön. Na, na, na. Oh. Huch! Hahaha. I might be dead, but there is still DLC to buy. Das find ich lustig. What? Try not to think about the logistics. Haha. Das ist schön. Einfach mal unboxen. Natürlich. Kann man mit dem reden? Nö. Hier fliegt ein Flieger rum. Brrrr. Gefällt mir nicht. Zombies! Zombies! Hahaha. Wunderbar. Wunderbar. Schön ist... Oh, huch! Ich hab den... Ich hab den leider schon... Ich hab den aus sehr großer Entfernung schon umgeboxt. Ah, ist ein bisschen ungünstig. Goodie. Haben wir das jetzt geschafft? Ne, ne? New DLC pack available. Finish the fight back. Oh. Okay. What? Äh... What? Und lockt? You did it kind of. Aber haben wir die Prinzessin? Haben wir noch nicht wieder gesehen, ne? Die haben wir noch nicht gesehen. Ja, die läuft. Äh, schön. Schöne Sache. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Drei Viertelstunde? So, so, so knapp vielleicht. Vielleicht lade ich das auf YouTube. Muss ich mal schauen. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Muss ich mal gucken, ob das alles... Also ich hab mir den, äh, den, den Zwiebel lokal hier auf die Festplatte speichern lassen. Von daher sollte es eigentlich funktionieren. Ich finde es nur immer ein bisschen blöd, wenn ich so aus dem Bild hier raus schaue. Ist ja egal. Ähm... Und dann kontinuen könnte ich... Awardments... Ah, ich hab noch nicht alles geschafft hier. Ich hab nicht alle, ich hab nicht alle DLC Packs geholt. Ach, okay. Ich bin geboren, du bist fertig. What? Finish... Ah, natürlich. Ähm... Man muss extra das letzte DLC, nachdem man wieder ins Spiel reingeht, kaufen, um auch das Achievement zu bekommen. Meine Güte. Das ist ein bisschen dämlich, aber schön. Gut. Wunderbar. Finish the game in the way it was meant to be finished. Gott the girl. Ja, aber wo ist das Mädel denn? Wo ist denn das? Anything for an awardment, kill all the human NPCs and all the sheep. Das kriegen wir auch hin, natürlich. Ich will nochmal gucken, wenn ich da jetzt nochmal rechts zur Seite gehe. Ah, kaputt. Ah, kaputt. Ob denn da noch man in den Gang reinlaufen kann? Ui. Ah. Ich habe dich jetzt bekommen. Relassen die Prinzessin. Oh, oh, oh. Das war pathetisch. Wie erwartet ihr, dass sie ein Sequel machen, wenn du den Badgäu machen möchtest? Natürlich. Ich habe aber kein Problem, dich zu töten. Oh, oh, oh. Ah, dafür brauchen wir. Ah. Ah. Da haben wir jetzt mal die Pferderüstung. Horst. Auch genannt Horst. Das ist schön. My Hero. Wahrscheinlich meint er das Pferd und nicht mich. schön finde ich gut hat was schönes spiel für die 69 cent die es gerade bei im humble store kostet kann man sich das wohl zu zulegen finde ich sehr schön so eine art von spiele gehört unterstützt solche die kreativ sind und ideen bringen sowas ist gut das klappt aber auch nur als in die spiel weil wenn das ding publishen würde als wäre lustig aber ich glaube das würde nicht funktionieren ja wie dem auch sei vielleicht ich denke mal ich lade das dann auf youtube hoch statistics coins collected alle ich habe okay ein ding und es fehlt noch ich könnte jetzt alle npcs noch umbauen und um boxen und alle zombies und alle schafe das mache ich jetzt extra mal nicht ich würde mal sagen das war es dann auch für